Ja, Leute, wir haben hier auf hungriger Hugo, Montes asozialer Gamescom-Auftritt reagieren. Ja, Leute, der gute, hungrige Hugo hat es geschafft. Mir wurden noch nie so viele Video-Ausschnitte wie diesem hier auf TikTok vorgeschlagen. Digga, jedes zweite Mal, jedes zweite Mal runter-scrollen, sehe ich einen anderen fucking Clip von diesem Video. Und ich dachte mir, sieht aber sehr, sehr gut aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist. Sollte sehr gut sein, auch die Bewertungen sind absolut krank. Also von mir kippt auch schon mal einen Köck nach oben. Natürlich ein Abo so oder so. Und ich würde sagen, let's go! Fresse jetzt, ihr Scheiter! Aua! Wir kommen zu dem Stargast, abgesehen von uns beiden. Tanzverbot! Bam, Alter! Dreck, zau! Dreck, Alter! Das ist dein Pfeil sehr ernst, Mann! Oh, ten! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich hoffe ich habe gute Laune mitgebracht und... Ey, sag mal, geht's auch? Das finde ich frech. Ich habe keine Lust auf so Kinder, Digga. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich würde sagen, erst mal jetzt was zu verlosen, oder was sagt ihr? So, warte mal. Zack, zack. So. Das erste, was ich verlose, ist meine Hotelrechnung, der die gewinnt, kann die übernehmen. Was? Aua. Was wollen wir denn das, Digga? Fucking S, Alter. Ne, wie heißt der? Ne, ich habe seinen Namen vergessen. Digga, wie heißt der, bin ich dumm? Der YouTube-Star himself mit dem... Minient-Shirt. Ich musste es dir einfach heimzahlen. Was? Alles! Fick deine Mutter, du Sohn. Boah, Alter, habe ich mich er... Oh, ich bin erschrocken, Alter. Habt ihr Lust direkt auf... Auf entspannend ein paar Fragen loszuwerden. Wow. Das ist so. Glaub ich. Hallo? Oh mein Gott, Subway Surf. Auf entspannend loswerden. Ey, aber jetzt mal ganz kurz, ja. Als ich die Geschichte gehört habe von Subway Surf, warum dieses Game rausgekommen ist, ist schon krank. Es tut mir wirklich leid für den Papa, wer die Geschichte kennt, eins in die Kommentare und in den Chat im Livestream auf Twitch um 21 Uhr. Also, Küsschen, geht raus. Wie haben wir den allerersten... Wann wird die Autogrammstunde sein? Gar nicht, Digga. Diese Frage ist eine absolute Frechheit in keiner Wechsel. Digga, natürlich richtig. Da wäre ich richtig sauer. Hi, ich bin Christian. Sieht doch kalt. Ich habe jetzt einen Bock auf Müssen und was die Leute. Ja, los. Oh, hi, ich bin Christian. Jetzt, ich seh da drüber. Ähm, na ja... Ähm... Digga, heute noch? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wirklich. Mama. Jalla. Aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ihr im China-Restaurant arbeitet... Ähm... Ist das Sturmi? Ja, das ist Sturmi. Nee, warte. So, und die beiden arbeiten dann schon im China-Restaurant. Einfach mal sagen, dass ihr im China-Restaurant arbeitet... Hat. Wir haben hier die nächste Frage. Ja, hi. Moin. MARKUS BRACHEN Apfelstos Was gefällt dir so an der Gamescom an meisten? WICMAX DU HÄN'T!? Das passt der... Das macht am besten wenn die Gamescom zu Ende ist. Sagt ihr so, wie es ist. W啰, bläss? Oh DERKAT! Oder belastend. SART AMERES MÄN! Ist also der... Was ist das passiert mit der Lodgeprix, Alter? Commander Krieger! Ich bin sauer. Alter, das ist ein YouTuber, der versucht euch zu unterhalten und da hat irgendein Spacko in eine Dose nach ihm geworfen, wo ich mir echt gedacht habe, irgendwie jetzt reicht's. Ich hab mir so eine Taschenmuschi bestellt. Einfach schöne Achseln, Digga. Sag mal, wie heißt du denn? No phone! Ich bin Justine. Justine, wie alt bist du? 15. Verliebt! Erstmal ein Foto für das Fotobuch von mir. So, noch ein, zwei Fragen hier, oder? Ach, guck mal. Wie bist du hier reingekommen? Bring dir mal jemanden weg hier. Ein riesiger Boo für mich. Uuuuh. Wie ist denn deine Frage? Ähm. Du bist kleiner als das Mikrofon. Ich heiße dich. Au. Die Frage ist, ob er... Er kommt so unschuldig, Alter! Oh Gott, er fragt gerade, oh mein Gott. Nein. Ob er mit mir Lust hat ne Runde Fortnite zu spielen. Die Frage ist, ob er mit mir mal eine Runde aufnehmen kann. Ich merke mir dein Gesicht und ich hauke einen auf die Schnauze für die Dose. Ich hole einen Respekt nach deiner Hund. Nächste Frage. Let's go. Wie bist du eigentlich mit Kong zusammengekommen? Was? Was ist bei ihm kaputt, Diga? Ich habe absolut nichts verstanden. Die nächste Frage. Hast du schon Planen, wie du dein Geld verdienst, wenn YouTube nicht mehr läuft? Hartz IV, Diga. Wie ist das denn, Diga? Wie heißt'n du? Lüras. Du musst laut reden, bitte laut. Lüras. Okay, ich weiß Bescheid, hungriges Hugos Videos, Ersteckungsgefahr, is da. Jetzt stelle mal eine Frage. Fick das. Katja, trete keine Ahel. Ab mal einen riesen Applaus erst mal hier. Fick deine Mutter. Ja, Mann. Holy shit. Ja, das haben scheiße viele Leute kommentiert. Holy fucking shit. Ja, ist echt gut, Mann. Das ist real talkgut. Ja, Sascha hat übrigens auch drauf reagiert auf mehr Anzeigen, Freunde. Der Plug auch noch für Sascha hier drinnen. Freunde, falls euch die Reaktion gefallen hat, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abonnen, ein Like da lassen würdet und ich hoffe, wir sehen uns heute um 21 Uhr auf Twitch. Würde mich sehr freuen und haut rein. Tschö. Mööö. Peace, peace.